wieder. Wir beginnen heute mit deinem täglichen Horoskop und legen im Anschluss deiner heutigen Tarotkarten. Los geht's! Heute bietet sich dir eine außergewöhnliche Gelegenheit zur persönlichen Transformation, wieder. Deine Handlungen haben eine tiefe Bedeutung, die über die Oberfläche hinausgeht. Heute ist ein Tag, an dem jeder Schritt, den du machst, eine tiefere Bedeutung hat und dich zur Vorsicht mahnt. Stell dir vor, dass dein Pfeil heute nicht nur scharf ist, sondern auch mit einer besonderen Kraft ausgestattet ist. Diese verstärkte Wirkung bedeutet, dass deine Worte und Taten tiefere Spuren hinterlassen können, deshalb ist es wichtig, dass du deine Ziele im Auge behältst. Interaktionen können sich heute besonders aggressiv anfühlen, als ob deine Mitmenschen unwissentlich Funken gegen deine Geduld schlagen. Du könntest deinen emotionalen Zustand mit einem Topf Wasser vergleichen, der auf einem stark erhitzten Herd steht. Die Temperatur steigt stetig an und es fühlt sich an, als würde der Deckel, der deine Emotionen bisher im Zaum gehalten hat, bald gewaltsam abgeworfen werden. In einem solch flüchtigen Zustand ist es wichtig, die Kontrolle zu behalten, um sicherzustellen, dass die unvermeidliche Dampfentladung nicht zu Kollateralschäden führt. Das astrologische Klima des Tages könnte ein Gefühl des Unbehagens hervorrufen, als ob dunkle Gestalten deinen Untergang inszenieren. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Verschwörung gering ist, ist die Intensität deiner Gefühle unbestreitbar und verdient Anerkennung. Kommunikation ist das A und O. Wenn du deine Sorgen zum Ausdruck bringst und dir emotionale Unterstützung suchst, kann das unglaublich erdend sein. Es geht nicht darum, alle Karten auf den Tisch zu legen, sondern darum, dir selbst und vertrauten Personen gegenüber deine Verletzlichkeit einzugestehen. Inmitten dieser emotionalen Wirbelstürme ist es auch ein guter Zeitpunkt, um sich wieder um dein körperliches Wohlbefinden zu kümmern, denn eine solide Sportroutine kann ein wertvolles Ventil für aufgestaute Energie sein. Im Beruf könntest du auf eine herausfordernde Dynamik stoßen, besonders mit einer männlichen Autoritätsperson oder einem Kollegen, der seine Dominanz durchsetzen will. Diese Person könnte eine kämpferische Haltung einnehmen und ihre Position ausnutzen, um die Ergebnisse zu ihren Gunsten zu lenken. In solchen Situationen ist der Weg des geringsten Widerstands oft die Zusammenarbeit und nicht die Konfrontation. Wenn du dich dafür entscheidest, mit dieser Person zusammenzuarbeiten, anstatt gegen sie zu kämpfen, kannst du diese Phase der Spannung besser überstehen. Im komplizierten Geflecht der Sterne könnte deine derzeitige Beschäftigung mit einer bestimmten Person mehr als nur ein Zufall sein. Die Himmelskörper, insbesondere Venus, der Planet der Liebe und Zuneigung, stehen in einer Linie, die romantische Entwicklungen begünstigen könnte. Es ist jedoch wichtig, diese emotionalen Gewässer mit Geduld und Klarheit zu durchqueren. Das Universum deutet darauf hin, dass es einen gegenseitigen Funken geben könnte, aber um die gegenseitigen Gefühle zu verstehen und anzuerkennen, braucht es mehr als stille Überlegungen oder Wunschdenken. Kommunikation ist der Schlüssel, um die Geheimnisse des Herzens zu enträtseln. Anstatt sich nur auf die Interpretation von Zeichen oder die Analyse von Gästen zu verlassen, kann ein offener und ehrlicher Dialog mit der betreffenden Person eure gemeinsame Gefühlswelt viel besser erhellen. Es ist wichtig, deine Gefühle auszudrücken und sie auf respektvolle und nicht aufdringliche Weise zu erfragen. Diese direkte Herangehensweise fördert nicht nur den gegenseitigen Respekt, sondern baut auch eine Vertrauensbasis auf, unabhängig vom Ergebnis. Außerdem ermutigen die Sterne in dieser Zeit zur Selbstbeobachtung. Deine eigenen Gefühle und Wünsche zu verstehen, ist genauso wichtig wie die eines anderen Menschen. Diese Selbsterkenntnis kannst du bei deinen Interaktionen und Entscheidungen leiten und sicherstellen, dass sie mit deinen wahren Gefühlen und deinem langfristigen Glück in Einklang stehen. Das Universum weist auch auf die Bedeutung des richtigen Zeitpunkts hin. Auch wenn die himmlischen Bedingungen günstig sind, kann es sein, dass die realen Umstände oder die persönliche Bereitschaft der Beteiligten nicht übereinstimmen. Es ist wichtig, dies zu berücksichtigen und sowohl deinen eigenen Weg als auch den der anderen Person zu respektieren. Wenn der Tag beginnt, fühlst du dich vielleicht nicht ganz auf der Höhe, als ob der Tag bereits Herausforderungen bereithält. Der Übergang des Mondes in den Skorpion läutet eine Zeit ein, die von emotionsgeladenen Gesprächen und Situationen geprägt ist. Diese Himmelsbewegung, insbesondere die Wechselwirkung mit Pluto, verspricht, Geheimnisse oder Einsichten ans Licht zu bringen, die bisher verborgen waren. Solche Enthüllungen könnten entscheidend sein, vor allem wenn du dich von schädlichen Gewohnheiten befreien willst. Die kosmische Konstellation bietet einen günstigen Hintergrund, um positive Veränderungen anzustoßen, sodass es ein günstiger Zeitpunkt ist, sich im Laufe des Monats für einen gesünderen Lebensstil zu entscheiden. Nun geht es gleich weiter mit deiner Tarolesung. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige Nachricht. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Es geht weiter mit unserer täglichen Tarolesung, bei der du einen schnellen Einblick für den Tag erhältst. Wir ziehen drei Karten, um die wichtigsten Einflüsse für deinen Tag zu verstehen. Diese inspiriert dich, eine Perspektive zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Los geht's! In der Vergangenheit hast du eine große Veränderung oder einen Schock erlebt, wie die Karte der Turm zeigt. Er steht für eine Zeit, in der etwas Großes passiert ist, dass dein Leben wirklich erschüttert hat und dich unsicher gemacht hat. Auch wenn es eine harte Zeit war, bedeutet der Turm auch, dass diese Veränderung dir geholfen hat, zu wachsen und stärker zu werden. Er zeigt, dass du eine schwierige Zeit überstanden hast und jetzt weiser und widerstandsfähiger bist. Im Moment zeigt die drei der Kelche eine Zeit des Glücks und der Freundschaft an. Bei dieser Karte dreht sich alles ums Feiern, um das Zusammensein mit anderen und um das Genießen guter Zeiten. Das bedeutet, dass du wahrscheinlich Spaß mit Freunden oder Menschen hast, die deine Interessen teilen und dass du vielleicht etwas Besonderes feierst. Dies ist eine Zeit, in der du gesellig bist, dein Netzwerk ausbaust und die Unterstützung und das Glück genießt, die dir aus deinen Beziehungen erwachsen. Für die Zukunft ist die Weltkarte ein sehr gutes Zeichen. Es geht darum, dass du deine Ziele erreichst, dich erfüllt fühlst und etwas Wichtiges abschließt. Diese Karte zeigt, dass du auf dem Weg bist, deine Ziele zu erreichen und dass du ein neues Kapitel in deinem Leben beginnst. Es ist ein Kapitel voller Erfolg, Ausgeglichenheit und einem Gefühl der Vollkommenheit. Die Welt ermutigt dich, offen für neue Möglichkeiten und Herausforderungen zu sein, die dir helfen werden, zu wachsen und neue Erfahrungen zu machen. Insgesamt zeigt diese Tarotdeutung, dass du mit der 3 der Kelche eine glückliche und soziale Phase erlebst, auch wenn du in der Vergangenheit mit dem Turm eine schwere Zeit hattest. Mit Blick auf die Zukunft verspricht die Weltkarte Erfolg und die Verwirklichung deiner Ziele. Genieße jetzt die guten Zeiten und sei bereit für die aufregenden Möglichkeiten, die sich dir bieten. Vertraue auf dich selbst und deine Fähigkeit, deine Träume zu verwirklichen.